In Österreich ist es Brauch, dass sich Kinder in den Weihnachtsferien als heilige drei Könige und Königinnen verkleiden, von Haus zu Haus ziehen, Glück- und Segenswünsche für das neue Jahr bringen und Spenden sammeln. Was geschieht nun mit dem Geld, das mit dem Sternsingen gesammelt wird? Jede Sternsingerspende hilft Menschen in Afrika, Asien und Lateinamerika dabei, ihr Leben zu verbessern. Die Drei-Königs-Aktion, das Hilfswerk der katholischen Jungschar, finanziert damit jährlich rund 500 Hilfsprojekte. Unterstützt werden dabei Organisationen, die Hilfsprojekte vor Ort planen und durchführen. Die Drei-Königs-Aktion arbeitet nur mit geprüften Einrichtungen zusammen, die über professionelles Know-how verfügen. Das sind entweder kirchliche Einrichtungen oder Nichtregierungsorganisationen. So wird Hilfe zur Selbsthilfe möglich. Diese Organisationen stellen einen Antrag auf Förderung ihres Projektes. Fachkräfte der Drei-Königs-Aktion prüfen jeden Antrag auf Unterstützung nach strengen Richtlinien. Ist das Projekt an die Bedürfnisse der Ärmsten angepasst? Erfolgt die Unterstützung ungeachtet der religiösen und ethnischen Zugehörigkeit? Werden die Menschen im Sinne von Hilfe zur Selbsthilfe selber aktiv? Die Auszahlung erfolgt in Raten entsprechend dem Projektfortschritt, der laufend kontrolliert wird. Welche Projekte werden unterstützt? An erster Stelle stehen Projekte, die Kinder und Jugendliche stärken. Speziell in Armutsregionen benötigen Kinder Schutz und kompetente Begleitung, um ihre Entwicklungsmöglichkeiten zu realisieren. Nachhaltige Versorgung ist der zweite Schwerpunkt. Alle Menschen brauchen genug zu essen, ein Dach über dem Kopf und eine intakte Umwelt, um ein gutes Leben führen zu können. Deshalb fördern wir nachhaltige, kleinbäuerliche Landwirtschaft und Projekte, die Einkommen schaffen. Der dritte Bereich ist Bildung. Denn Bildung ist der Schlüssel, Einkommens- und Lebenschancen zu verbessern. Dabei sind besonders Projekte im Fokus, die eine nachhaltige Verbesserung der Chancengleichheit erreichen wollen. Menschenrechte sind der vierte Bereich. Dort, wo Menschenrechte verletzt werden, stehen Partnerorganisationen den Betroffenen als Ansprechperson, aber auch als Rechtsvertretung zur Seite. Wie wird garantiert, dass die Spenden ankommen? Der Einsatz der Spendengelder vor Ort wird von den Expertinnen und Experten der Dreikönigsaktion geprüft, um eine effiziente Mittelverwendung zu sichern. Die Dreikönigsaktion ist sehr stolz darauf, eine der ersten Organisationen zu sein, denen das österreichische Spendengütesiegel verliehen wurde. Die gesamte Finanzabwicklung wird jährlich von unabhängigen Wirtschaftsprüferinnen und Wirtschaftsprüfern kontrolliert. Herzlichen Dank an alle, die zur Erfolgsgeschichte Sternsingen ihren Beitrag leisten. Mehr Infos gibt's auf www.sternsingen.at.